Klimaaktionstag Klimaaktionstag hat inzwischen schon fünf Jahre alte Tradition, glaube ich. Er findet statt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Das ist also europaweit eine Mobilitätswoche, wo es um nachhaltige Mobilität geht, wo man die Menschen überzeugen will, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und wir haben das etwas kleiner gemacht in den ersten Jahren. Und jetzt ist es das zweite Jahr, dass es in der Langstraße stattfindet und eine autofreie Aktionsmeile und Spiel- und Musikmeile den Bürgern bereitgestellt wird. Also wir sind vom Interkulturellen Garten. Wir sind hier, weil wir sehr viel in Richtung Umweltschutz, Umweltbildung auch machen. Und Klima ist natürlich ein Thema da auch. Und wir wollten halt verschiedene Formen präsentieren, wie man im Garten ohne Strom Essen herstellen kann, erwärmen kann, erhitzen kann, verschiedene Methoden, und die auch eigentlich alle CO2-frei sind. Also wir haben zum einen halt einen Solarkocher mitgebracht, den wir hier zur Linken sehen. Wir haben einen Mikrovergaser verbracht, wo man kleine Ästchen, die normalerweise Abfall sind, die verrotten würden und dadurch CO2 freilassen würden, verbrennt, um einerseits Kohle für den Garten herzustellen, andererseits um die Abwärme zu nutzen, um Essen zu erwärmen. Wir erwarten Menschen, die hier ihre Freizeit verbringen, einen schönen Sonntagnachmittag verleben, hoffen, dass wir auch ein paar Autofahrer, vielleicht ein paar Pendler erwischen, die über Alternativen nachdenken, angeregt sind, positiv gestimmt. Und es ist eine wunderschöne Atmosphäre, wie im letzten Jahr wieder. Die Straße ist autofrei, die Leute flanieren, die Bürger nehmen einfach Besitz von der Straße. Das ist ein schönes Bild, was sich hier gibt. Hinterm Rückenkirchen, der andere Hand hinterm Rücken. Ja, wir wollten Alternativen aufzeigen zum Auto. Deswegen gibt es hier ganz viel Informationen über die RSAG, über die Nahverkehrsmittel, aber auch zu Lastenrädern, zu Pedelecs, alternativen Mobilitätsformen. Und das soll alles aber auch mit viel Unterhaltungswert verbunden sein. Jeder kann viel tun. Das geht natürlich vom Haushalt los, aber geht auch bis zur Mobilität. Und in der Stadt, ganz klar, kann man fast alle Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad machen, kurze Wege zu Fuß, das wollen wir auch nicht vergessen. Rostock tut eine ganze Menge. Ja, und die Bürger können ihren Beitrag leisten, dem sie eben diese Verkehrsmittel nutzen. Ja, ja, guck mal, guck mal, wie zappelt er. Oh, das ist gut. Du, sie macht das Brust an. Ja, weißt du. Dankeschön. Gött. Vielen Dank. Vielen Dank.